Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maya Andreas. Ich bin aus der Arbeitsgruppe Geoökologie und die im vorhergehenden Video erarbeiteten physikalischen Grundlagen werden uns helfen, den Inhalt dieses Videos besser verstehen zu können. Als erstes schauen wir uns diese Grafik an und in dieser Grafik sieht man schon, dass es nicht unwesentlich ist, den Ort zu bestimmen, an dem nun eine Strahlungsbilanz gemessen wird. Denn man sieht, dass gewisse Wechselwirkungsprozesse schon in der oberen Atmosphäre stattfinden, das heißt gewisse Strahlungsspektren gar nicht auf die Erde auftreffen. Das was wir messen, unser Messsystem ist auf der Erdoberfläche, das heißt wir werden uns dann vorwiegend mit dem beschäftigen, was wirklich bis zur Erdoberfläche durchdringt. Aber zunächst zur Grafik. Wir sehen auf der einen Seite die hereinkommende solare Strahlung, die den Raum zwischen Erde und Sonne oder zwischen Erde und Atmosphäre ungehindert durchquert. Und diese Strahlung trifft jetzt auf die Atmosphäre und hier befinden bestimmte Wechselwirkungen statt. Ein Teil wird von den atmosphärischen Partikeln, den Wolken, unmittelbar gleich zurückreflektiert in den Weltraum. Ein anderer kleiner Teil wird von der Atmosphäre absorbiert, führt eben zu einer gewissen Erwärmung der Atmosphäre. Und der Hauptteil der Strahlung kann die Atmosphäre durchqueren, das heißt die Atmosphäre bezüglich dieses Strahlungsspektrums ist transparent. Und das ist das, wo auch gleichzeitig das solare Spektrum sein Maximum hat. Das ist das, was wir grundsätzlich als Licht bezeichnen. Und da sieht man auch gleich, diese Funktion der Atmosphäre, das ist natürlich ein wichtiger Schutz, weil hier gerade der hochenergetische Teil dieses solaren Spektrums durch die Atmosphäre abgeschirrt wird. Da spielt Ozon eine wichtige Rolle. Das heißt, die Atmosphäre, das sieht man auf dieser Grafik, schützt uns einerseits vor dieser hochenergetischen, für uns als Menschen gefährlichen, für uns als Lebewesen gefährlichen Strahlung, lässt aber gleichzeitig sehr wesentliche Anteile durch. Die treffen nun auf die Erdoberfläche und hier kommt es wieder zu unterschiedlichen Wechselwirkungen. Ein Teil davon wird jetzt von der Erdoberfläche wieder reflektiert. Das ist, was wir als Albedo bezeichnen. Ein anderer Teil wird von der Erdoberfläche absorbiert. Das heißt, die Erdoberfläche ist ein großer Energieumschlagplatz. Hier wird Energie umgewandelt und diese absorbierte Energie führt zu einer Erwärmung der Erdoberfläche. Aber eben nicht nur zu einer Erwärmung, weil abhängig von der Struktur der Oberfläche wird natürlich auch latente Wärme erzeugt. Das heißt, es wird Wasser verdampft und diese Verdampfungsenergie wird natürlich wieder von der Wärmenergie abgezogen. Das heißt, sie erwärmt sich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der Wassergehalt an der Oberfläche verteilt ist. Die Erdoberfläche ist also ein großer Energieumschlagplatz. Hier wird viel solare Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Die Erdoberfläche erwärmt sich. Wie stark sie sich erwärmt, hängt auch davon ab, wie viel Wasser verfügbar ist. Das heißt, wie viel Energie in die Verdampfungsenergie vom Wasser geht. Das sind dann diese latenten Wärmeströme. Gleichzeitig erwärmt sie sich und es kommt zu füllbaren Wärmeströmen. Das ist was, wir wirklich mit dem Thermostat messen können. Eine zunahmende Temperatur. Und gleichzeitig, wie wir in dem vorhergehenden Video erfahren haben, nimmt die Temperatur zu und damit natürlich auch die Abstrahlungsleistung. Die Erde strahlt und wie viel sie strahlt, hängt von ihrer Temperatur ab. Und wenn sich die Temperatur der Oberfläche ändert, dann ändert sich auch die Abstrahlungsleistung. Das sehen wir. Das ist die Strahlung, die thermische Strahlung, die terrestrische, die langweilige Strahlung der Erde. Die wiederum stößt ebenfalls auf die Atmosphäre, aber von der anderen Richtung her, wie die Sonne. Und hier kommt es jetzt zur Wechselwirkung vorwiegend der Streuung. Diese klimareellentwandten Spurengase sind in der Regel drei atomige Moleküle. So wie CO2, CH4, das Methan, oder das N2O, das Lachgas oder eben auch ganz prominent und wesentlich das H2O, also der Wasserdampf. Und das Anregungsspektrum dieser Moleküle liegt genau in diesem Strahlungsbereich der Erde, also in diesem langweiligen, infraroten Strahlungsbereich. Das heißt, diese Moleküle, die sich jetzt da zunehmend in der Atmosphäre befinden, absorbieren diese Strahlung und geben sie dann, wenn sie wieder relaxieren, in alle Richtungen ab, unter anderem wieder zurück zur Erde. Und das ist die hier in der Grafik eingezeichnete atmosphärische Rückstrahlung. Das heißt, die Atmosphäre ist bezüglich dieser Wellenlänge alles andere als transparent. Natürlich, man sieht auch auf der Grafik, dadurch, dass in alle Richtungen reimitiert wird, gelangt natürlich Strahlung, auch langweilige Strahlung zurück in den Weltraum, aber lang nicht so viel, wie von der Erde ausgesendet werden wird. Einiges davon kommt wieder zurück aus der Atmosphäre. Das ist ein ganz wesentlicher Prozess, der auch natürliche Ursprünge hat oder vorwiegend natürliche Ursprünge hat. Das ist der Prozess, der dazu führt, dass wir auf der Erde nicht minus 15 Grad Celsius als mittlere Temperatur haben, sondern ein Plus von 33 Grad, von etwa 15 Grad Celsius haben. Das heißt, dieser Prozess macht die Erde eigentlich überhaupt erst bewohnbar für unsere Spezie. Aber das ist eben dieser natürliche Treibhauseffekt, der hier vorliegt. Und man kann sich halt nur vorstellen, mit der Veränderung der chemischen Zusammensetzung in der Atmosphäre, mit der abnehmenden Transparenz kommt es einfach immer zu zunehmend größeren Rückstrahlungsflüssen aus der Atmosphäre, die wiederum absorbiert werden auf der Erdhoffläche und zu einer zusätzlichen Erwärmung führen. So, jetzt schauen wir uns wieder einen 48-stündigen Strahlungszyklus an. Hier sehen wir auf der einen Seite den grünen Graph, der die kurzwellige solare Einstrahlung anzeigt. Das ist der Teil, der die Atmosphäre passieren kann, der auf der Erdoberfläche ankommt, zum Mittag sein Maximum hat und dann gegen Abend wieder abfällt. Vom Verlauf er ähnlich verhält sich natürlich die Reflexion dieser kurzwelligen Strahlung, die sogenannte Albedo, die ebenfalls zunehmend tagsüber und wieder verschwindet in der Nacht. Und jetzt haben wir diese roten und magenta Graphen, die ebenfalls hier zeigen, dass sich die Erde tagsüber erwärmt. Damit nimmt die Strahlungsleistung zu und nachts wieder absinken. Natürlich kühlt die Erde nachts über ab. Das ist je nach Jahreszeit mehr oder weniger. Allerdings ist der Wärmegehalt der Erde immer noch enorm und damit ist die Strahlungsleistung nachts ebenfalls in bedeutlichem Ausmaß und sorgt hier für Austauschvorgänge zwischen Atmosphäre und Erde. Wenn man sich das jetzt für den Winter anschaut, wenn man jetzt hier einen Winterzyklus nimmt, dann sieht man relativ gut, dass auch im Winter ist natürlich die Erdoberfläche kühler, das heißt etwas kühler, aber diese niedrige Temperatur ist relativ gesehen gering. Das heißt, wir haben auch im Winter noch relativ vergleichbare terrestrische Strahlungswerte, während wir sehen im Winter natürlich, dass der grüne und der blaue Graph deutlich niedriger ausfallen aufgrund der geringeren Sonnenentstrahlung. Und das führt uns zu einem weiteren interessanten Punkt, das ist die Nettostrahlung. Das heißt, wenn wir eine Strahlungsbilanz ziehen, das heißt, wenn wir die Strahlungsflüsse alle aufsummieren, aber in der Form aufsummieren, in der wir die ausgehende Strahlung mit einem negativen Vorzeichen versehen, kommen wir zu einer Nettostrahlung, die uns eben Auskunft darüber gibt, wie viel Strahlungsenergie nun in dem System Erde, an das System Erde vermittelt worden ist oder übermittelt worden ist. Und wenn man diese Nettostrahlung vergleicht, die Nettostrahlung im Winter als auch im Sommer, dann sieht man, dass im Sommer die Nettostrahlung tagsüber deutlich positiv ist, während sie nachts leicht negativ ist, im Winter hingegen tags leicht kurzzeitig positiv ist, aufgrund der kurzen Tageslänge und nachts aber deutlich negativ. Und da sehen wir schon, dass dieses System, die Nettostrahlung, ist im Sommer positiv, das heißt, es kommt zu einer Erwärmung der Erde und im Winter ist sie negativ, hier kommt es dann zu einer Abkühlung, das heißt, dem System Erde wird Energie entzogen und im Sommer wird dem System Erde Energie zugeführt. Gut, das heißt, wenn wir diese Bilanz ziehen und sehen, dass die Nettostrahlung ungleich Null ist, stellt sich die Frage, wo geht die damit verbundene Energie eigentlich hin? Wenn sie positiv ist, geht sie in das System Erde und teilt sich dann auf in zum Beispiel die latente Wärme, in H die fühlbare Wärme, auf der anderen Seite auch die Bodenwärmeströme und in das Delta S und dieses Delta S steht für die chemische Energie, das heißt zum Beispiel Photosynthese, hier wird auch Energie chemisch gespeichert, also das sind so die wichtigsten Flüsse, wo diese Nettoenergie landet. Und das ist der Schritt, wo wir jetzt eigentlich von der Strahlungsbilanz zur Energiebilanz kommen, das heißt, wir haben auf der anderen Seite die Strahlung, die Strahlungsdifferenzen, die Nettostrahlung und die Aufteilung und die unterschiedlichen Energieflüsse, das heißt Strahlungsenergie und Nichtstrahlungsenergie. Und in Summe, wenn man die Richtungen berücksichtigt, muss das System eine Null ergeben. Wir haben gesehen, dass die Strahlungsbilanz im Winter negativ ist, das heißt, dem System Energie entzogen wird. Und wenn man sich jetzt mal im Winter die Strahlungsflüsse ansieht, an zwei Tagen, an zwei Tagen, wo die Einstrahlungsleistung vergleichbar ist, aber an einem Tag, wir eine mehr oder weniger schneebedeckte Oberfläche hatten. Und wenn man die beiden Plots miteinander vergleicht, so sieht man einerseits die rot markierte Einstrahlung und die türkisen Rückstrahlungswerte. Und hier sieht man, dass aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit, also aufgrund der Schneedecke, es zu einer sehr starken Reflexion kommt, also zu einem sehr hohen Albedo. Wenn wir fünf Tage später die Schneedecke war geschmolzen, ähnlich viel einstrahlende Leistung trifft auf dieses System, trifft auf eine andere Oberflächenstruktur und führt in Folge zu einer deutlich geringeren Rückstrahlung. Das ist die türkise Kurve. Das ist in dem Fall, wird aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenstruktur sehr viel mehr Energie in das System hineintransferiert. Das heißt, es kommt hier zu einer Absorption der Energie, es kommt hier zu einer Erwärmung. Und diese beiden Grafiken sollen veranschaulichen, dass es einen sehr großen Unterschied macht. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie stark der Mensch eigentlich schon in die Oberflächenstruktur der Erde eingegriffen hat, wie nur annähernd sich das Auftauen von Permafrostböden in Sibirien, grundsätzlich zurückgehende Gletscherflächen, wie stark sich das auf die Strahlungsbilanz eigentlich auswirkt. Wenn man sieht, wie groß hier der Unterschied ist, abhängig davon, wie die Oberfläche beschaffen ist. Und abschließend sei noch gesagt, dass wir hier jetzt eigentlich gesehen haben, dass die Strahlungsbilanz einmal positiv ist, einmal negativ ist. Das gilt vor allem für diesen Ort, an dem er gemessen wird, im weitesten Sinne auch für unsere Breiten. Und man kann sich vorstellen, dass sich das in einem größeren Zeitrahmen von vielleicht mehreren Jahren durchaus ausgleicht. Das heißt, einmal wird dem System Energie hinzugeführt, einmal wird es wieder entnommen. Die Differenz davon, das ist der Tropf, an dem wir hängen. Das ist die Energie, die uns zum Leben bleibt. Und wenn man nun auf der anderen Seite bedenkt, dass die globale Erwärmung ja nicht etwas ist, was tageszeitlich stattfindet, sondern etwas ist, was im globalen Mittel festgestellt wird. Das heißt, es kommt zu einer globalen, mittleren, einer Erhöhung der globalen, mittleren Temperatur führt. Dann kann man sich auch vorstellen, dass das natürlich mittlere Werte, steigende mittlere Werte, das sind dann Werte, die sich nicht mehr wegmitteln. Das heißt, diese Art von globaler Erwärmung, führt dann tatsächlich zu einem Response oder beziehungsweise es ist der Response des Systems, um wieder zu einer ausgeglichenen Strahlungsbilanz zu kommen. Das heißt, die Erhöhung der Temperatur, die Erhöhung der mittleren globalen Temperatur führt gemäß diesem Stefan-Boltzmannschen Strahlungsgesetz zu einer erhöhten Abstrahlungsleistung. Nämlich, das ist dann die Abstrahlungsleistung, geht ja mit der Temperatur zur vierten, skaliert sie. Das heißt, wenn jetzt die Erde wiederum ihre Strahlungsleistung erhöht, ist natürlich auch der Anteil, der langfristig durch die Atmosphäre in den Raum zurückgestrahlt wird, nimmt natürlich dann auch zu. Und damit versucht das System, das Energiesystem, Erdatmosphäre langfristig wieder in einen ausgeglichenen Strahlungshaushalt zu kommen. Die Erde bleibt damit, aber mit einer erhöhten Temperatur zurück, die uns in Zukunft vermutlich ernsthaft zu schaffen machen wird.